Die Elfenbeinküste. Kakaoland Nummer 1. Gut ein Drittel der Weltproduktion kommt von hier. Jeder Vierte lebt vom Kakaoanbau. Auch Victor Caboret. Die ganze Familie schufte täglich auf seiner kleinen Plantage. Wir wissen nicht, wie wir durchkommen sollen. Woher sollen wir das Geld nehmen für die Schule der Kinder? Das ist sehr teuer. Und wenn jemand krank ist, können wir uns das Krankenhaus nicht leisten. Bei den Cabouris muss jeder ran. Auch die Kinder. Bernard ist zwölf. Seit er acht ist, hat er jede Ernte mitgemacht. Ein knallharter Job. Er und die anderen Kinder müssen die reifen Schoten schleppen. Von morgens bis abends. Täglich. Monatelang. Das Schlimmste ist die Schlepperei. Warum ist das das Schlimmste? Die Schlepperei. Warum? Das ist so anstrengend. Mit Macheten lösen die Cabouris die Bohnen aus den Kakaoschoten. Auch dabei helfen die Kinder. Immer wieder verletzen sie sich. Bernard hat als einziges Kind der Familie überhaupt mal eine Schule besucht. Ob er es auch in Zukunft kann, weiß er nicht. Es hängt von der Ernte ab. Auch die anderen Kinder würden gern zur Schule gehen, aber dafür hat das Geld nie gereicht. Für die Schokoladenhersteller sind Kinder wichtig. Als Zielgruppe. Kinder lieben Schokolade. Dass dafür andere Kinder schuften müssen, wissen die Hersteller seit Jahren. Aber ohne Kakao aus der Elfenbeinküste geht es nicht. Fast alle Großen der Branche, Kraft, Ferrero, Ritter, Mars, Nestlé sind darauf angewiesen. Der Kakao aus der Elfenbeinküste ist unser Hauptrohstoff hier in Deutschland. 50 Prozent kommen rund aus der Elfenbeinküste. Und fast alle Hersteller, sofern sie nicht gerade Herkunftsschokoladen haben, beziehen Kakao aus der Elfenbeinküste. Eines der Kinder auf der Plantage von Victor Caboret schuftet auffällig hart. Daniel, 15 Jahre. Er trägt am schwersten und macht nie Pause. Er ist kein Kind der Familie. Er ist ein Kindersklave aus dem Nachbarland Burkina Faso. Ein Mann hat mich mitgenommen und gesagt, ich werde mit Kakao arbeiten. Vor fünf Jahren hat Victor Caboret Daniel gekauft. Da war er zehn. Seine Eltern hat er seitdem nicht mehr gesehen. Er gehört jetzt Victor Caboret. Zur Familie wird er nie gehören. Die Arbeit ist sehr ermüdend. Manchmal verletzt man sich dabei. Es ist viel Arbeit. Ich habe kein Geld für Erwachsene, Angestellte. Was soll ich tun? Wo immer du sparen kannst, machst du es. Auch wenn du es nicht willst. Wir zeigen unsere Aufnahmen Friedel Hütz Adams vom Forschungsinstitut Südwind. Für eine Studie hat er die dunklen Seiten der Schokolade erforscht. Er schätzt, dass in Westafrika hunderttausende Kinder und mehr als zehntausend Kindersklaven auf Plantagen arbeiten. Viele Kinder, die sehr viele Stunden die Woche arbeiten und sehr harte Arbeiten verrichten müssen, haben schon von Kind an Rückenschäden. Sie klagen oft über Migräne, weil sie Pestiziden ausgesetzt sind und das führt potenziell auch zu Dauerschäden. Und dazu kommt eben auch noch bei all denen, die nicht die Schule besuchen, dass sie eigentlich nie eine Perspektive haben, aus ihrer Armut rauszukommen, weil sie keine Bildung haben. Auch das wissen die Hersteller seit Jahren. Schon 2001 gaben sie eine Selbstverpflichtung ab. Sie versprachen, zumindest die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu bekämpfen. Für tausende Kinder hat sich bis heute nichts geändert. Die Bedingungen in der Elfenbeinküste, gerade das Land wird besonders angesprochen, die sind durch die politischen Verhältnisse immer noch instabil. Und man erreicht da nicht jeden einzelnen Bauern, das ist so. Das Dorf Quasicua-Cro. Es zeigt, dass es auch anders geht. Die Einwohner produzieren Fair-Trade-Schokolade. Deshalb bekommen sie für ihre Bohnen einen festen Mindestpreis. Damit verdienen sie genug und sind nicht auf Kinder als billige Arbeitskräfte angewiesen. Die Kinder gehen hier zur Schule. In ihrer Freizeit können sie Kind sein und spielen. Das Fair-Trade-Siegel auf der Packung zeigt an, dass die Kakaobauern fair bezahlt wurden und dass keine Kinderarbeit in der Schokolade steckt. Es gibt noch zwei weitere Siegel, aber die stehen auf keiner Packung. Rainforest Alliance und UD Certified. Sie gelten als industrienah und bieten den Bauern keine Mindestpreise. Aber auch sie sollen Kinderarbeit ausschließen. Nur alle drei Siegel zusammen machen nicht einmal ein Prozent der deutschen Schokolade aus. Ein Prozent. Der Rest ist ohne Gewehr. Die ersten Bausteine sind gemacht. Also insofern, wir sind da auf dem richtigen Weg. Es sind schon einige Millionen in diese Projekte reingeflossen. Es sind aber im gleichen Zeitraum einige Milliarden in die Werbung reingeflossen. Und das ist so eine Relation, die einem Schokoladenkonsumenten und Schokoladengenießer eigentlich ziemlich im Magen liegen sollte. Wenig Hoffnung für die Kinder auf der Plantage von Victor Caboret. Zum Abendessen gibt es Wurzelgemüse. Wie immer eigentlich. Wir bieten Bernhard und Daniel Schokolade an. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Schokolade essen.